die simple quelle wurde gerade montiert und sehr wichtig für sie ein insider tipp das hier ist kunststoff ohne weichmacher bp free falls sie ein auftischgerät kaufen fragen sie ihren verkäufer ob es auch bp free ist gleich wird das montiert und dann zeigen wir euch noch mal ein paar kleinigkeiten dankeschön und so funktioniert die filtration hier ein bisschen luft so und die simple quelle befüllt sich jetzt und jetzt sage ich einfach wir haben 150 milligramm wir haben halben liter und wir haben liter auf einmal entnahme man kann von hier entnehmen zum beispiel so jederzeit kann man das wasser stoppen zum beispiel auf diese art und weise auf der bank man kann das ist das so und jetzt werde ich gleich die halb liter flasche darunter stellen wenn es mal schnell gehen muss solange die befüllt werde ich dann noch mal erzählen die vorteile ich gehe auf einen halben liter und vorteile von dieser simple quelle ist ganz einfach gearbeitet leise sehr schnelle wasserentnahme und sehr gute filtrationstechnik und außerdem mehrmals am tag schaltet sich die anlage an und spült sich für 20 30 sekunden spült sich die membran damit da keine schlage entstehen so ein schickes gerät hier ist einfach fantastisch so jetzt gehe ich drauf und macht den test einfach das war das leitungswasser haben wir davor abgezapft von der leitung 218 und jetzt ungefähr hier wir sind hier bei 11 ja das lässt sich sehen wenn auch sie interesse haben dann können sich bei uns melden so ein schickes gerät übrigens auch ab 50 euro im monat ganz easy zu haben die produziert in einer stunde 9 liter ist das nicht fantastisch so